Musik Ingeborg Harm stürzte vor zwei Jahren auf einem nicht geräumten Gehsteig aus und zertrümmerte sich das Handgelenk. Die Folgen merkt die Grazerin noch heute. Besonders das Schreiben fällt Ingeborg Harm noch sehr schwer. Nahezu täglich muss sie ihre Schreibübungen machen. Musik Das habe ich dann immer so üben müssen, bis das dann auch kleiner geworden ist. Aber ganz geht es ja noch immer nicht, weil ich zitter halt einfach zwischendurch. Das sind all so Übungen, für die ich eigentlich sehr lange gebraucht habe, bis ich es konnte. Die Pensionistin wurde von Oberarzt Dr. Aurel Kraus damals operiert. Er hat ihr von Beginn an gesagt, dass das Handgelenk nie mehr komplett wiederhergestellt werden kann. Bei der Frau Harm ist dann eben dazugekommen, dass sie aufgrund ihrer Medikation, die sie vorher hatte, und aufgrund des Schwere des Unfalls eine sehr starke Schwellung bekommen hat. Man hat das auch in den Bildern gesehen, da sind so Spannungsblasen entstanden. Und das erhöht das Infektionsrisiko bei der Operation, sodass man doch zuwartet, bis die Haut in einem guten Zustand ist, dass man guten Gewissen sie operieren kann. Der Bruch wurde mit drei Platten operativ stabilisiert. Das größere Problem war aber der geschädigte Knorpel im Handgelenk. Den Knochen kann man meistens so einrichten, dass er doch wieder in seiner Form entspricht. Das Problem ist, das ist ja ein Gelenk. Hier ist Knorpel und der wird auch im Moment des Unfalles schon sehr schwer geschädigt. Und für den Knorpel kann man eigentlich nichts machen. Also der muss sich erholen oder tut das eben auch nicht, wenn er zu stark geschädigt ist. Grüß Gott, Frau Haim. Grüß Gott, Herr Haim. Darf man schon so weit? Ja, es geht schon jetzt, ja. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Bitteschön. Zwei Jahre ist es jetzt her. Ja. In etwa. Ich habe es schon auf den ersten Blick gesehen, die Hand ist schon wieder recht schlank und dünn. Wie geht es Ihnen so allgemein? Ja, also ich habe nach wie vor Schmerzen. Also es fängt da, also praktisch so ein Stechen und Brennen an und das geht so bis da her. Und das ist konstant. Also da ändert sich das kaum etwas. Können Sie hinaufgehen einmal ein Stück? Ja, das ist sehr schön. Hinunter. Ja, es ist natürlich schon, den Arm bitte einfach anlegen und jetzt die Hand so rausdrehen, dass ich in die Fläche hineinschauen kann. Wenn Sie was aufheben, müssen Sie die Handfläche nach unten geben können. Wenn Sie ein Superl essen wollen, müssen Sie den Löffel, da müssen Sie nach oben drehen können. Also das brauchen Sie wirklich. Von dem her ist die Beweglichkeit in einem guten Rahmen und eigentlich sehr zufriedenstellend für die Schwere des Bruches. Müssen Sie häufig Schmerzmittel nehmen? Zwischendurch, ja, weil ich versuche mit so wenig wie möglich auszukommen. Aber ich brauche Sie zwischendurch, wirklich. Sie kommen wieder, wenn Sie irgendwas Bestimmtes brauchen. Wenn Sie stärkere Schmerzen haben oder merken, dass gewisse Bewegungen nicht so gut gehen. Und eine gewisse Einschränkung werden Sie einfach auch akzeptieren müssen. Das muss man einsehen. Das haben Sie von Anfang an gesagt. Ja. Da waren Sie sehr, sehr ehrlich, Herr Oberarzt. Die komplette Bewegungsfreiheit werde ich nicht mehr haben. Und wahrscheinlich werde ich auch nie mehr die Kraft in der rechten Hand haben, wie ich es gewohnt bin. Zurück zum Schmerzengeldfall in der Steiermark. Einige Wochen sind seit dem Erstkontakt mit der Gegenseite vergangen. Dr. Christian Horvath hat jetzt endlich Antworten von der Versicherung bekommen. Die Versicherung ist jetzt in den Schaden eingetreten. Sie hat sogar ein Gutachten in Auftrag gegeben, zur Schätzung der Schmerzperioden, wie wir es eigentlich wollten. Dabei sind die Schmerzperioden mit einigen Tagen bemessen worden. Also 60 Tage circa, leichte Schmerzen. Das ist nicht wenig. Kurz danach ist die Versicherung wieder ausgestiegen und hat gesagt, wir zahlen nichts, weil es gibt ein Deckungsproblem mit der Lokalbetreiberin. Warum, das haben Sie uns nicht gesagt. Und jetzt müssen wir klagen. Der Rechtsanwalt muss jetzt Frau Ingeborg Harm leider die schlechten Nachrichten überbringen. Ja, hallo. Grüß Gott, Frau Harm, Horvath spricht. Grüß Gott, Herr Doktor. Grüß Gott, wie geht's Ihnen? Ja, danke, eigentlich recht gut. Frau Harm, folgendes. Die Versicherung hat jetzt gesagt, dass sie den Schaden übernimmt. Haben ein Gutachten sogar gemacht durch ein Mediziner. Aber gleich darauf haben sie wieder gesagt, sie können nicht zahlen, weil es ein Problem gibt mit der Lokalbetreiberin. Also die schlechte Nachricht ist, jetzt werden wir wahrscheinlich einklappen müssen. Herr Doktor, Sie machen das, weil Sie vertreten meine Interessen und Sie machen das Beste daran. Gut. Ich werde jetzt die Klage vorbereiten und da melde ich mich wieder bei Ihnen. Ja, bitte, Herr Doktor. Gut, danke, wiederhören. Danke Ihnen für mich sehr bemühen. Wiederhören, danke. Einige Monate später. Ingeborg Harm wartet im Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz auf Christian Horvath. Heute ist die erste Verhandlung im Streit um das Schmerzengeld angesetzt. Es geht sicherlich um viel Geld. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die Schmerzen, die ich aushalten musste, die waren wirklich enorm. Das kann man mit Geld gar nicht aufwiegen. Es war ein Wahnsinn, diese Schmerzen. Guten Morgen, Frau Hau. Guten Morgen, Herr Doktor. Was geht's? Grüß Gott. Wie geht's Ihnen? Danke, ein bisschen nervös natürlich. Ja, eh klar, freut mich. Haben wir leider einklagen müssen, gell? Ist es nicht anders gegangen? Ja, sicher nicht, ja. Aber in wenigen Minuten wissen wir eh, wie es wirklich, wie es um uns steht, gell? Ja, ich bin unwahrscheinlich nervös. Und es ist für mich nicht so alltäglich, dass ich bei Gericht erscheinen muss. Ich bin schon sehr nervös. Frau Hau, wie geht's Ihnen mit der Hand? Ist es besser geworden oder schlechter? Es ist eigentlich gleich geblieben. Also die Schmerzen sind konstant und die Bewegungsmöglichkeiten sind natürlich gewaltig eingeschränkt. Aber es ist besser, es ist gleich. Von den Schmerzen her ist es gleich. Das heißt, viel besser wird's nicht? Nein, das hat mir auch schon der Arzt gesagt und auf der Reha. Also das wird nicht mehr viel anders. In Graz kämpft Ingeborg Harm vor Gericht um Schmerzengeld. Sie stürzt im Winter auf einem nicht geräumten Gehweg vor einem Lokal. Weder die Mieterin noch der Eigentümer der Liegenschaft wollen dafür die Verantwortung übernehmen. Vor dem Gerichtssaal trifft Christian Harwart auf jenen Rechtsanwalt, der die Mieterin vertritt. Die Versicherungen haben ja keinen Beitrag geleistet, sind nicht dazu bereit. Das weiß ich, ja. Die Verantwortung, wer jetzt die Verpflichtung hat, den Gehsteck zu räumen, ist auch noch ungeklärt. Und jetzt sind noch Spät- und Dauerfolgen ein Thema. Das heißt, Beträge, die in der Zukunft fällig werden, die wir nicht einschätzen können. Meine Mandantin ist nicht bereit, alleine alles zu tragen, zu schlucken. Schauen wir, vielleicht können wir im Gerichtssaal vor dem Richter vielleicht doch noch etwas erreichen. Die Verhandlung dauert fast zwei Stunden. Der Richter hat viele Fragen und auch die zwei Anwälte schenken sich nichts. Letztendlich einigt man sich auf einen Vergleich. Ja, wir haben doch eine Lösung gefunden. Ich wünsche Ihnen eine gute Genesung, alles Gute für Harald. Herr Kollege, bis zum nächsten Mal. Dankeschön auch, Wiederschauen. Danke, Wiederschauen. Wir haben schon viel diskutiert. Also es war nicht so eine ganz einfache Nuss, weil er hat gesagt, sie ist nicht haftbar, sondern der Eigentümer ist haftbar. Der Eigentümer hat gesagt, die Pächterin ist haftbar. Uns ist das aber wirklich wurscht. Wir wollen ja Schmerzengeld haben. Es wurde alles angezweifelt. Ob ich die richtigen Schuhe anhab, ob die Polizeifotos korrekt waren, ob das Wetter tatsächlich so war, ob dort tatsächlich eine Eisplatte war. Der Gegenanwalt hat alles angezweifelt. Aber eben, weil mein Anwalt so hinter mir stand und vor allem, weil er auch neben mir gesessen ist, war es für mich leichter zu ertragen. Ingeborg Harm musste zwar viele unangenehme Fragen über sich ergehen lassen. Doch letztendlich hat sich der Gang zu Gericht ausgezahlt. Die Frau Ham bekommt 7000 Euro plus die ganzen Kosten, was sie gehabt hat, Gerichtsgebühren etc. Also ich bin wirklich zufrieden. Ja, ich bin auch zufrieden. Und es ist sehr viel wert, dass es vorbei ist. Das ist wirklich. Weil es ist einfach eine nervliche Belastung. Und so gewohnt bin ich das ja doch nicht, dass ich da bei Gericht auftauchen muss. Das Schmerzengeld zahlt zum Teil die Versicherung des Eigentümers, zum anderen Teil die Lokalbesitzerin aus ihrer eigenen Tasche. Ich freue mich natürlich über das Geld, aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich mit denen, die mir jetzt in dieser Zeit beigestanden sind und die für mich da waren, dass wir irgendwo schön hin einmal essen gehen. Das ist der erste Plan, den ich habe. Gut, Frau Ham. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke und danke für mein Platz Ihrer Hilfe. Danke für Ihre Hilfe. Danke, Wiederschauen. Danke.